So einfach stellst du Streuselteig im Deluxe Blender her. Gebe Mehl, Butter kalt in Stücken und Zucker in den Mixtopf. Verschließe das Ganze mit dem Deckel und arbeite jetzt nur mit der Pulstaste in kurzen Intervallen. Hier kannst du gut sehen, wie du selbst in Intervallen deinen Streusel herstellst. Gebe deine Streusel in eine Schüssel und arbeite sie noch mal kurz mit den Händen durch und fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017